Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Micky Blue. Findet ein nice scheiße, da wird ein nice scheiß für euch. Und zwar habe ich auf all meinen YouTube Kanälen, für Mitglieder natürlich, nur für Mitglieder, den neuesten Giftcast zu Friendsglitch hochgeladen. Endlich wieder ein Giftcast zu Friendsglitch, der auch easy peasy funktioniert, den man hinbekommt und der auch Spaß macht. Alle anderen waren mir irgendwie zu blöd und zu nervig. Und deswegen, dieser funktioniert endlich wieder schön lecker, Schmecker vom Bäcker. Wenn ihr also ein Auto vom Freund haben wollt, was schön gemerged ist oder sonst irgendwas, oder schon immer mal das Auto haben wolltet, was er hat oder sonst auch immer, dann nutzt jetzt die Chance, auf meinen YouTube Kanälen ist der neueste Giftcast zu Friendsglitch zu finden. Natürlich nur für Mitglieder. Und immer dran denken, ohne euch bin ich nichts. Zusammen sind wir. Micky und